War ein geiler Abend. Ja, auf jeden Fall. Aber müde bin ich noch nicht wirklich. Ich auch nicht. Hast du vielleicht noch Lust, was zu essen? Oh ja, unbedingt. Zu mir oder zu dir? Ich hab noch Eier da. Klasse. Man munkelt, ich mache die besseren Eier. Pah, das wollen wir ja nochmal sehen. Scheiße. Du brauchst viel Fett. Die Härtplatte darf nicht zu heiß sein. Aufpassen, dass das Ei nicht einbrennt. Du, das ist wirklich das leckerste Ei, das ich je gegessen hab.